Hallo Leute und herzlich willkommen zu Raft, zurück zusammen mit Red. Wir joinen jetzt gerade auf das Floß und scheinbar hat sich da ein bisschen was getan. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ich habe gerade richtig dämlich versucht wie in Apex letzte Nacht, weil ich mit einem Kollegen letztes Apex getrocknet habe, die Nacht mit STRG so zu rutschen. So, ich habe noch nie Apex gespielt. Das kostet los, das ist geil eigentlich. Nee. Doch. Ja, Leute. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das ganze Floß jetzt aussieht, ne? Das ganze Ding. Der ganze Kasten, Alter. Ich weiß gar nicht, wo du spawnst. Was spawnst man denn hier? Da, wo man sich erst guckt, oder immer auf dem Ozean? Ja. Lustig wäre es. Wo bist du? Ja, das ist ja klar, dass ich mitten auf dem Ozean... Es gibt ja nur noch Ozean. Gefühlt. Da haben wir das ja sogar da, da kann ich das doch hinten bauen. Ich weiß gar nicht, was ich erwarte. Ach so, weil du, der, 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 ja. Ja, genau. Alter, wie lange rafft auch immer. Oh Gott, ja, es hat kurz geleckt und bist da hier getreten, glaube ich. Wo bist du? Ich glaube nicht. Ah, doch, bei mir steht da, du bist beigetreten. Wo bist du? Oh, jetzt haben wir ein Sofa, oh mein Gott. Ah, du bist da drin gesporn. Alter. Ja, ich habe das so ein bisschen schön gemacht, ja. Oh, ein bisschen gemütlich. Alter, jetzt haben wir da ein bisschen Baumfarm. Ja. Können wir auch endlich hier ein bisschen wohnlicher, ne? Dumme, Antenne scheiße, nicht, nicht checken. Komm mal mit, komm mal mit. Warte, wo ist denn, wo ist denn hier unsere Krippen, jetzt? Habt du das, guck mal, ne? Genau, wir haben hier am Rand noch Platz. Nein, hier ist doch Kisten. Hier ist so Wasserversorgung. Ja, die Hängebeete sind ja geil. Okay. Ja, die sind jetzt eine normale Beete, die einfach noch an der Wand hängen. Genauso wie die Kiste hier. Alter. Da kommt immer das Zeug rein, was noch geschmolzen werden muss. Guck mal, ich habe ein Bildschwein Kopf auf. Alter, du siehst einfach aus wie ein Redelife. Ach so. Spaß, Leute, Spaß. Ich wollte gerade sagen, wo ich mein ganzes Loot-Inventar. Die Kisten sind sortiert. Ich habe so eine Kiste, wo der ganze Rest dann drin kam, aber... Jetzt gucken wir mal die Kisten nach, findest du das. Ich hab noch einen großen Tisch, den ich aus Versehen gecraftelt hab. Geil. Guck einfach mal den Kisten nach. Du findest bestimmt mehr Zeug wieder. Ja. Ja. Brauch mal eine zweite Flasche, Alter. Ich hab... Ich hab keinen... Irgendwas fehlt mir, aber ich weiß nicht, was... Ach, ne Axt. Naja, ich... Hast du ein Kunststoff? Ach, nee, du hast ja gar nichts. Ich hab gar nichts, Alter. Äh, vielleicht haben wir die Insel noch looten, oder was ist denn... Ja, ja, nee, weiß ich nicht. Doch, doch, das ist eine Riesen in sich. Ich weiß nicht, ich glaub, obenrum hab ich die, glaub ich, schon abgelootet. Unterwasser noch nicht oder so. Irgendwas war damit. Ich nehm das hier mal gut. Als wenn ich jetzt an einem Kunststoff... Ich baue jetzt hier einfach ein, so ein Ding ab auf so einem... Haben wir in den Inseln wieder keinen Schrott mehr? Nee, wir haben keinen Schrott, aber das können wir unter Wasser holen, weil die Insel ist unter Wasser noch nicht angerührt, ja. Das heißt, unter Wasser ist noch richtig viel Loot. Ja, cool. Macht hier echt Spaß hier. Ich geh mal auf die Insel jetzt, äh. Wobei, wir hatten, ich können mal gucken, ob wir eine Schaufel machen können für Dreck. Für Dreck. Ich hab ein Glas voll Dreck. Ja, können wir machen, was? Ich hab ein Glas voll Dreck. Ich hab mal was da drin ist. Du bist Dreck, Alter. Aua. Ich bin jetzt erst mal Dreck. Menschlich gesehen, abzuschauen, wo ist das Holz denn? Wieso hast du das Wasser wieder nicht nachgeführt? Alter, ich raste aus. Ja, weil ich keine Flasche hatte, Junge. Was du holst? Äh, nee, doch. Warten. Ja, wir haben ja Holzbaume. Baume. Ja, wir haben ja geile Baume. Komm, bitte gib mir noch zwei Holz. Oh, er hat ein Holz. Oh, er hat ein Holz gegeben. Mein King. Ich koch ein Blatt, äh, ein Holzding. Ah, nee, doch nicht. Ich baue noch die zweite Mama. Was ist es mit dir? Ja. Ja. Hast du mein Video von heute schon gesehen? Ach, das ist mit der Razer-Tastatur? Nee, ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich hab's gesehen, klar. Und ich hab auch, das Thumbnail und alles gesehen, aber noch nicht angeschaut. Schrieben, aber noch nicht angeschaut. Ja, wir haben aber drüber. Ach, das ist der Anker, ach so. Wir müssen, der Anker haben, aber ich brauche Holz. Razer hat mir geschrieben, ich hab musste ein Spieltest. Wieso bist du eigentlich, wieso bist du eigentlich mit den Partner und ich wieder nicht, Mann? Was soll denn das? Rocket, Mann, ich will auch Partner sein. Jetzt guck mal, du bist so ein Rocket Partner sein, nicht von Razer. Ja, nee, ja, also ja. Ja, nee, ja, okay. Hast du mir noch, hast du mir noch, vielleicht, sechs Holz? Äh, guck in die, in die linke Kiste, ganz links. Ja, nee, da sind vier, ich baue noch zu meinem Scheiße. Ja, guck mal, auf der Insel ist bestimmt noch ein Baum. Ja, weiß ich nicht, Dinger. Safe. Guck mal, ich muss irgendwie was gucken, Herr, wie willst du denn auf Rage? Razer gekommen, also hast du die einfach angeschrieben, damals, oder wie ist das? Ja, damals, ja. Ja, damals. Ich bin ja schon, ich bin schon vor lange Partner von denen, ja. Ich hab bei Holz. Aber, hä, wie hast du die da angeschrieben, so, jo, ich bin red, um, der Heirat an. Ich hab die angeschrieben, hallo, ich bin red, ich bin YouTuber und ich möchte gerne die Partnerschaften. Herr Reader, ist einfach so, oh, mein Speer ist kaputt. Nein, nein, habe ich nicht. Es gibt so ein Bewerbungsding jetzt bei denen. Ich muss gucken, ob es das Rocket auch gibt. Weil, die sagen, hier haben wir 100 Abonnenten, ich bin schon attraktiver. My King. Ja. Guck mal, als der Insel. Weil ich brauche und ich, ich hab mir die Holz geben. Also, rief es mich um. Ja, hast du mal runter. Wenn fest geht's? Oh ja. Boah, wie schnell ist es kaum? Danke. Ehre. Mein Haken, joh. Ja, schade. Ich hab einfach einen Baum abgebaut, ja. Geil, das ist das. Ich hab ja eh keine Axtkraften, ich hab ja geil, kein Dings. Ja, kein Schrott, alter. Wie können ich, hab ich, doch, wir können hier, äh, Teil, später. Achso, und ihr, das können wir kaufen. Jetzt hab ich gar nichts mehr, perfekt, alter. Ja, aber, äh, vielleicht finden wir ja noch mal was auf der Insel. Ich suche grad die Höhle, Junge, wo war die denn? Auf der anderen Seite. Ist das eigentlich immer noch diese fette Insel, oder sind wir da weggefahren? Ich bin da gerade gar nicht mehr mal vollstatt. Ich bin da der nächsten. Ah, okay. Wart mal, Mike King, wir sind dumm. Ein Spolzen? Wir haben in der letzten Folge... Mach mal den Radio Power aufgehört, Mike King. Vor der Story. Stimmt, und dann sind wir weggefahren. Dann machen wir jetzt mal hier für euch einen Cut rein, und dann sehen wir uns gleich wieder an der Insel. Ich muss einfach... Äh, äh, wo ist ne Möwe? Äh, seh' die nicht. Ja, die war irgendwie in dem Feld. Aber hast du jetzt Felder gecraftet? Nee. Hast du Felder? Ja, du hast doch gesagt... Achso, nee, Wiese heißt das, ja. Anbauflächen-Dings. Keine Ahnung. Ach, scheiße, da gab's einen Planken ausgegeben. Och, Mann, ich farme alles und reiß' mir richtig den Arsch auf, und dann kommst du, Och, nee, jetzt hab ich alles ausgegeben, so ne Scheiße. Ich farme auch, Mike King, jetzt hab ich nämlich wieder ins... Das ist, glaub ich, das hab ich mir immer nicht so das Gefühl. Na, ich hab 18 Planken, ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, ich hab... Ich meine, ich befeuere... Ich hab 42, was willst du? Ja, ich befeuere die ganze Zeit, die schmelzen, Alter. Da ist der Video Tower, wir fahren einfach gerade vorbei. Ah, perfekt, Digga. Die Profis. So, Leute, ich würde sagen, wir sind jetzt... Also, ihr seid jetzt back hier, ne? Was? Ja, nein. Ja, ja, also, wie gesagt, das war jetzt gekadet. Achso, aber du, dein Tod schaltest du schon rein, ja? Äh, ja, genau, ab jetzt, halt, wir haben in der ersten Folge gefragt, Alter, wer als erstes ersterben wird. Und es ist noch niemand gestorben. Ne, das glaub ich dir nicht. Ach, ne, jetzt hab ich den... Ich wollte ihn noch gar nicht umbringen. Ja, weiß ich nicht. Mir fehlt noch ein Glibber für den Kochtopf. Ach, ich hab kein Glibber mehr. Ich hab lieber gemacht. Ja, dann ist... Irgendwann pitt dich, Mann. Wieso machst du denn da jetzt wieder Eisen rein, wenn wir Glibber brauchen? Weil kein Ding jetzt mehr habe zum Glibber machen. Ich hab ein Kochtopf, Alter. Oh, der macht wieder so ein Scheiß. Kochtopf, Alter, was ist mit dem, was ist mit dem, was ist mit dem Verrückten, ey? Was habt ihr, was tut ihr mir hier an, was für eine Service ist? Oh, scheiße, der steht ganz schön weit vorne. Alter, was war denn das? Ah! Das ist ja mein Koch-Ecke, Alter. Boah, das ist ja wirklich schon mal ein Video, was aufnimmt, zu kochen. Stimmt. Jetzt habe ich eigentlich Metallbahn im Moment, aber da zwinge ich jetzt meine Rezepte dran, Alter. Eigentlich brauche ich ja nicht so viel Holz, ne, Leute? Okay, davon brauche ich aber... Das brauche ich... Oh, ist ja das nicht so... Jetzt können wir nämlich kochen, wenn wir die Rezepte haben. Wir brauchen aber erstmal Rezepte. Schade. Aber wir haben Rezepte, irgendwo. Eine Flasche und jetzt noch... Da ist der Kiste, bist du gerade drin. Ich habe auch einen Glibber wieder in die Kiste getan, mein King. Ach so, das ist nur ein Rezept für den Entsafter, das brauche ich noch nicht. Wollen wir jetzt eigentlich zu diesem Radioturm hin, oder nicht? Ja, ja, machen wir ja. Ja, irgendwie nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Alter, wir nehmen jetzt schon eine Stunde, aber wir haben noch gar nichts geschafft. Ja, weil wir erstmal übel weit fahren mussten. Woher wussten wir denn? Natürlich fahren wir dahin. Naja, nicht so richtig. Ja, ich habe das jetzt gerichtet. Wieso liegen hier hinten Items? Mein King, hast du wieder Sachen aufgesammelt, was mein Inventar voll war? Das könnte tatsächlich sein, ja. Die Sache ist halt auch so, meine Taskleist ist einfach schon gefühlt voll von irgendwelchen Sachen, die ich einfach so... Also, Speer, Haken, Axt, Paddel, Schaufel, Hammer, Flasche, Flasche 2. Ich habe nur noch zwei Inventarslos unten frei. Flasche 2, Alter, Flasche 3, Flasche 4. So, ich habe jetzt hier mal so ein Paket nochmal. Ui. Ui. Vorhang, Alter. Das ist... Ui. Damit kannst du mich nicht mehr stalken. Ach, oh mein Gott. Wir können auch einen Safter machen, Leute. Ah, der braucht eine Leiterplatte. Da funktioniert wahrscheinlich eh nur mit Strom. Was soll denn das? Ah, okay. Ich mache meine Metall leer, weil wir jetzt gleich auf den Radio Tower gehen. So, Leute. Wir machen einen stationären Anker, können wir doch auch schon machen, oder? Den können wir doch hier irgendwie mal hinmachen. Ja, das sagt sich ein... Also, ne, also ja, war eigentlich schon lange die Idee, dass wir das machen. Ja, der kostet einfach viel Metall, aber viel. Ja, mein Bruder, aber dann können wir dann viel immer brauchen. Scheiß drauf, Junge. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hab ich gemacht. Ich habe eigentlich gefragt. Der kommt jetzt... Die ganze Zeit runter. Ich weiß. Der kommt jetzt erstmal hier so hin. Keine Ahnung. Da machen wir hier erstmal so ein Loch rein. Ich weiß, die Baumplantage ist im Weg. Und ab dafür. Hier kann ich aber noch einen hinstellen. Da gibt's den... Hä? Nein. Die stehen genau nebeneinander, aber egal. Ich will noch kurz hier mal absichern, warte. Oh Gott. Ah, ich hab keine Reise. Alter, was ist mit dir? Ja, ich hatte kein Holz mehr, das hat viel Holz gekostet. So. Jetzt ist das sicher. Ja. Aber jetzt ist hier nur so ein scheiß Ecken. Genau. Ja, ich hab keinen Kunststoff mehr. Jetzt hab ich das tief runter. Warte, dann müssen wir das aber auf der anderen Seite auch noch machen. Das sieht schon scheiße aus. Ach, die eine, wenn wir das dann mit deinem Autismus rüber machen. So bauen wir das auch wieder breiter. Das hat auch wieder alles Vorteile. Was hast du gemacht an deinem Finger? Das war noch die Wunde, die ich in der Arbeit habe. Ach so, hast du das meine Mutter gemacht, oder was? Das hat jetzt meine Mutter gemacht, weil es ist schön aus. Das war auch dick. Ich hab das scheiße. Hi, Wolfi. Der hat erst den Verdacht gehabt, dass er noch was in der Seite war. So. Ähm. Ich mach mal kurz rein. Ja. Hier würde ich ja nicht. Ja. Hey. Hey, hab ich gehört. Oh, cool. Ja, die haben so ignoriert. Ah, cool. Das wolltest du jetzt hören, Mike. Er hat Rett sein Hetzel so laut. Nee, eigentlich gar nicht. Aber es ist halt einfach so mein Hetzel ist halt nicht so scheiße. Das hört man einfach sehr stark. Scheiße, mein Ding? Nee. Nee, also ob Rett sein Hetzel zu laut hat. Alter. Die Hölschwetterzettel. Ist egal. So kannst du jetzt mal deine Aufnahme dann langsam beenden? Ach so. Ja, Lotte. Was lässt sich genau in dieser Festung, wollte ich gerade sagen, in diesem... Was ist das eigentlich so ein Hänger Stadion? Radio Tower, Alter. Radio Tower, Alter. Ja. Wenn ihr wissen wollt... Ey, du, Rickser. Geh mal weg. Wenn ihr wissen wollt, was sich da drin befindet, dann schaut auf jeden Fall in die Playlist, beziehungsweise schaut bei Rett vorbei in der nächsten Folge. Äh... Genau so ein Ding ist das nämlich. Ja, genau. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Und... Ja. Genau. Das war's. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Ciao.